Tauben. Die grattende Lüfte. Überträger schlechter Nachrichten. Nein, nicht solcher. Ja, besser. Und Überträger von Krankheiten. Außerdem ein Symbol des Friedens. Ekelhaft. Kein Wunder, dass Dinosaurier ausgestorben sind. Nicht so wie andere liebenswerte und edle Vögel sind Tauben widerwärtige Ausgeburten der Natur. Sie scharen sich in Schwärmen, Lunge an den Parks und an Bahnhöfen herum. Einige verkaufen sogar Drogen. Und am schlimmsten, sie kacken auf deutsche Autos. Verdammte Terroristen. Das macht sie zum Staatsfeind. Er versteht sich natürlich auch von selbst, dass die Taubenabwehr in Deutschland besser aufgestellt ist als die Bundeswehr. Auch die sogenannte defensive Architektur nimmt sich ein Beispiel an der Taubenabwehr, um auch menschliches Gesindel von Straßen und Schaufenstern zu vertreiben. Obdachlose. Abartig. Ihre Armut macht mich krank. Mein Plädoyer? Mehr Taubenabwehr für Deutschland. Sie haben das letzte große Massensterben überlebt. Und wenn wir nicht aufpassen, überleben sie auch noch uns. Und das will nun wirklich keiner. In dem Sinne... Grrrr! 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 Vielen Dank.